So und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pferdekauf Video hier mit Stephanie Undercake. Und heute sind zwei neue Farben rausgekommen, Fellfarben. Einmal der Friese, einmal der Startmob Pony, das Goldland Pony und einmal das, wie heißt der nochmal, Adenna, genau. Aber ich werde mir keinen von den beiden, denn ich interessiere mich für den weißen Friesen und ich werde den definitiv holen. Ich finde den weißen mega schön, vor allem die blauen Augen mag ich sehr gerne. Und mal gucken, was wir für einen Namen haben. Mähne. Mal gucken, Mähne ändern. So lassen oder... Ne, ich glaube ich lasse den so. Und mal gucken, wie der da heißen wird. Ähm, ich werde auf jeden Fall erstmal gucken, wie der heißt. Ich werde dann zu euch stoßen, wenn es, ähm, soweit, ähm, wenn ich weiß, wie das ganze Pferdchen heißen wird. Also bis nachher. So, ich habe einen Namen. Ähm, diesmal war ich das anders. Diesmal habe ich einen Namen und ich werde jetzt auch noch zusätzlich mit euch in den Shop gehen, denn es gibt ja auch ein neues Outfit, den ich mir auch gleich holen möchte. Nämlich die Königin Outfit. Die sieht ja mal mega aus. Königlich aus. Ähm, ich will das mir auf jeden Fall kaufen. Das ist ja auch neu. Der Sattel hier. Aber ich werde dieses wunderschöne Königin Outfit mir holen. Und dazu werde ich das blaue dazu holen. Das blaue. Oh mein Gott, ist das auch neu. Uh, meine Starcoin-Leute. Wissen Sie, was mich daran erinnert? Dieses Outfit? Ne, leider nicht. Oh, das Outfit ist auch cool. Ich glaube, ich will jetzt mal an die Königin Outfit. Nämlich die Krone. Den Rock. Das Oberteil. Die Handschuhe. Die Schuhe. Und mein arm Starcoin. Nein! Oh, fuck. Scheiße. Ich glaube, ich habe auf Ersehen zweimal die Decke. Oh, ich bin so ein hoher Kopf. So. So. Und das Outfit. Oh. Mein Name ist Starcoin. Und dieses Outfit ist auch cool. Aber weißt du was? Diese Mütze ist schade, ne? Der ändert mich so an Link. Wenn ihr die Letzte... Oh, ich habe eine Idee. Den kaufe ich mir jetzt trotzdem. Ich habe eine Idee. Haha. Oh, die Stiefel. Ja, der kann so einen Stiefel an. Aha. Handschuhe hat er da auch nicht. Ich nehme es trotzdem. So. Die anderen Sachen hole ich mir anders mal. Und so. Jetzt gehen wir erstmal in den Stahl. Und ich werde mir komplett dieses schöne Outfit mal mit euch dann zusammen dann angucken. Bis gleich. So. Da wären wir. Und ich habe sie Schneekönigin genannt. Also Snow Queen. Weil ich finde, von der Farbe sehr gut passt. Und der Name. Und ich werde jetzt auch den Guten jetzt mal beugern. Und ich werde ihn schon mal pflegen. Oder sie pflegen. Ähm. Sehr gerne sie. So. Weil dann ist sie schon mal auf Level 2. Sehr gut. Und jetzt werde ich den Guten mal auf jeden Fall, ähm, mal den, den, den Outfit umtragen. Die schöne, neue, ach nee, das hier ist es. Das habe ich jetzt extra. Egal. Warte mal. Erst mal das Pferd. Äh, das Pferd. Ne. Äh, wo ist das Outfit? Das da. Das da. Das ist die Täsche. Sehr gut. Jetzt kommt, kommt, ich, kommt mein Charakter dran. Es gibt bestimmt auch schon eine neue Frisur, oder? Ich muss mal schauen, ob es eine neue Frisur gibt. Ich muss mal die Hufeisen noch wechseln. Vergesse ich jedes Mal, wenn ich Pferd wechsle. Aber ich finde, das Outfit steht dem Weißen sehr, sehr gut. Ähm. Also, ich brauche die Hufeisen. Ja, wie gesagt, ich müsste eine andere Frisur haben. Ich glaube, das passt nicht so zu der Prinzessin, glaube ich. Mit dem schönen Schwert. Bo Ringe. Heißt doch was. Leider, leider kann man nicht, doch, warte mal. Warte mal, ich habe eine, ich habe eine Idee. Ich will mal gucken, wie es, wie es aussieht. Ohren. Was sind Ohren? Ah, ne. Kleidung hier. Oh, das ist ein bisschen groß. Die Ohren sind ein bisschen groß. Ich hätte jetzt spitze Ohren. Sie sind elf Ohren. Aber ich hätte die spitze Ohren jetzt ein bisschen kleiner gehabt. Verlaubt. So, dann gehen wir raus und wir sehen uns dann auch gleich beim Friseur, bei dem Charakter, weil ich will gucken, ob der neue Haare gibt. Und, ähm, die Gangarten werde ich jetzt nicht zeigen, weil, das sind die kennen wir ja schon. Deswegen werde ich jetzt nicht doppelt gemobbelt, ähm, zeigen. Aber ich finde das Outfit sehr, sehr schön. Also ich finde das weiße Pferd, das passt sehr, sehr super. Ähm, und jetzt gehen wir zum Frisur. So, nochmal zum Mittelalter fest. Wir müssen, wir müssen noch, eh, noch den Mittelalter-Dings machen. Also das werde ich aber auch dann, glaube ich, machen. Oh, obwohl, das können wir jetzt zusammen machen jetzt. Das ist jetzt Pferde-Kauf-Video zusammen mit dem, weil ich muss ja, das, das, das Turnier machen. Und ich muss ja noch eins machen, dann, ähm, bin ich fertig und ich bin gespannt, was ich als Belohnung bekomme, wenn ich das fertig habe. Weil ich bin dann halt in rotem Bereich dann. Also ich bin ja in diesem, mit einem Alter in diesem Rot. Aber Drachen kann man noch nicht. Das, das kommt jetzt erst in nächste Woche, die Drachen, oder? Aber erstmal gucke ich mal, ob wir jetzt Frisur ändern können. Anscheinend schon, weil manche haben sich schon. Ah, kann man schon. Ja, Frisur. Uh, uh, okay. Ah, das ist cool. Ich glaube, ich mag die Haare sehr gerne. Oh, stopp. Uh, das sieht hübsch aus. Ah, das sieht auch hübsch aus. Ich nehme erst mal die Blonde. Haben wir auch Make-up? Nee. Nee, schade nicht. Leider nicht. Leider gibt es kein Make-up. Aber ich finde, ich finde die Frisur voll hübsch. Was meint ihr? Ich finde die Frisur voll schön. So. Mein Name ist da. Komm, guck mal. 11.000? Aber ich habe noch so viel noch gut, aber. Ähm, die Drachen kann man ja noch nicht. Ich gucke mal nochmal. Aber ich glaube, Drache geht noch nicht. Nee. Die kann erst nächste Woche. Also, wer findet ihr mein schönes Königin-Outfit? Die Queen. So, jetzt machen wir als Königin, machen wir jetzt das letzte Rennen hier. Da kann ich nebenbei mein weißes Pferd, äh, mein Snow Queen leveln. Guck mal, als Prinzessin, äh, als Königin. Prinzessin. Königin. Ah, ich schaffe es. So lange brauche ich ja nicht, oder? Los. Snow Queen. Schaffen wir. Wir haben noch viel Zeit. Ein Fehler. Und ich habe es geschafft. Abholen. Ja, du wurdest zu Ritteren geschlagen. Oh, cool. Und jetzt? Was passiert dir jetzt? Oh, ich muss Big Bunny. Oh, ich gehe auf Haarenspunkte. Oh, ich gehe auf Haarenspunkte. Ich habe mich auf der Koppe. Okay. Okay. Na gut. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt unsere Ritter geschlagen. Plus Königin. Also, das muss man mal schaffen, beides zu werden. Okay, dann sage ich jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich finde das Outfit sehr, sehr schick. Ich freue mich gleich, Screenshots zu machen. Und die Frisurfaden finde ich auch. Ich denke mal, dass ich mehrere Frisuren machen werde. Auf jeden Fall kaufen werde. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.